Ja, liebe Leute, es wird ein Witz, es ist ein Spanns. Mit Homepage-Machnis kommt eine sichere Distanz. Damit die Karte, denen ich dabei wird, haben wir für euch eine neue Homepage installiert. Ja, liebe Fans und Freunde von Donnerwäder, wir melden uns diesmal aus dem Homeoffice. Auftritte sind ja momentan nicht möglich, aber wir haben es geschafft, unsere neue Homepage online zu bringen. Und darauf sind wir mächtig stolz, weil wir finden, die ist richtig gut geworden. Und damit möchten wir uns erst einmal bedanken bei der Brüderlein Sarah, die diese wahnsinnig guten Fotos für uns gemacht hat. Sarah, unsere Lieblingsfotografin, Merci. Und natürlich dem Silner Michi, unseren Webdesigner, der dieses Ding so richtig cool gestaltet hat. Danke, Michi. Und an die Firma Trachten Pöllinger aus Himau, die haben uns ausgestattet für die neue Saison. Und wir finden, die Klamotten schauen richtig gut aus. Danke dafür erst einmal. Ja, leider sind ja momentanen Auftritte nicht möglich. Deshalb könnt ihr uns wenigstens auf unsere neue Homepage besuchen. Schaut es euch an. Wir finden, die ist richtig gut geworden. Gönnt euch das ein bisschen. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch bald wieder in Festzelt bei unseren Auftritten sehen können. Bleibt es daheim. Bleibt es gesund. Und bis bald. Dann feiert man richtig miteinander. Und lasst uns wieder krachen. Servus. Donnerweder, schütt heut g'scheit oh, dass die ganze Hütten kracht. Donnerweder, jetzt ist endlich Zeit, fürs Dirgel und die Dracht. Weil wo die Buben und Donnerweder sind, da is mir... ... ...